ja und damit ganz herzlich willkommen hier zu einer weiteren adventure map aufnahme mit dabei wieder der jan ist lacko kann hat scherlax hat der tat erlte aperten okay alles ja s wer rejecting着 ich muss mein headset leise machen so wie spielen die mehr probe gold und wir haben uns jetzt hier aus den eingorf初 Champion mal kurz vor ja kann ich ja auch mal welcome my human to the code can you solve these lab laboros puzzles okay can you solve the code let's see how smart you are before we start the puzzle I shall give lol warum schreibt er damit egal the first code 1 2 3 4 5 ok was ist das für ein Blatt hier paper ok vielleicht brauchen wir das ja noch ja das spawnt aber jedes mal neues Blatt ich stelle mich jetzt einfach mal hier hin und store ok und wie kommt man jetzt da rein wahrscheinlich auf das Schild und dann den Code eingeben und ich glaube hier das Ding drücken oder welches annehmen ich habe jetzt eine Map ich habe eine Karte ich sehe ich sehe aber die Map gar nicht ich auch nicht will ich nach unten ich sehe die Map nicht ich sehe meinen Arm gar nicht ich glaube ich muss doch mit Jadon spielen weil dann sehe ich meinen Arm irgendwie sehe ich dass da drei Leute lol ich gehe jetzt mal einfach den ganzen Gang lang okay wir werden ist da jetzt irgendwas offen oder so warte das Grüne bist du geh ich glaube das Grüne das Grüne bewegt sich gar nicht you have to wait for the next time okay warte ich mach mal hier hallo first was heißt denn das the first time weil sie nicht zu helf warte bin ich ich glaube ich bin noch im Game Mode kann das sein oh ich auch so würde ich jetzt einfach mal sagen mache ich hier die Tür kaputt und jetzt so also für die wo es nicht kennt das ist jetzt weiß ich nicht ob man hier irgendwie Sounds dafür braucht weil dann müsste ich Minecraft mit einem anderen Launcher starten hörst du hier irgendwelche Sounds sobald du irgendwelche Sounds hörst musst du mir sagen ja warte ich habe meine Club auf ne ich hab sie warte du hast sie an ja auf 40 okay gut jetzt lass lass doch einfach mal probieren weil hier sind also das ist ein Rätsel und hier steht 1 2 3 4 äh ne hier steht nur 1 und 9 und da hättest wahrscheinlich den Plastis noch für 2 3 4 5 6 7 8 ja gut kommen wir hier in 1 rein also hinterher ist weiß ah okay hast du gerade gegoogelt ja so okay hier sind irgendwelche Rätsel und hier sind Druckplatten oh da okay ah okay warte mal okay bei dem passiert gar nichts warte ich glaube wir müssen 1 und 2 drücken warte geh du mal auf die nein auf die nächste von dir und jetzt ähm weil da steht 1 und 9 ok äh hä das ist 9 und das ist 1 äh ok also 1 3 1 3 6 1 3 warte 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 mal das erste ich bei 1 jetzt halt mal ich glaube mal kurz ok ich bei 1 ja dann ach so warte ich glaube so rum also 9 ja 3 5 1 1 und 6 9 9 3 5 1 6 ja und jetzt ich check's nicht ok muss ich hier den knopf drücken oder so oder hat die ah i shall no gift ich hab wir sind und jetzt kommt ein anderer hinweis probieren wir mal nochmal jetzt komm mal her wo ich geh nun mal auf die erste ich habe jetzt keine ahnung hörst du irgendwelche sounds außer die kolben und ich habe zwei karten keine ahnung warum ich auch ich habe zwei paper warte vielleicht muss ich die da rein schmeißen wir müssen jetzt einfach immer auf den nächsten hinweis warten checking ok ok ich habe jetzt ein blatt was der checkt was will ich mit meinem blatt weiß ich nicht das habe ich jetzt da rein geworfen und probieren wir mal nummer wo der code not record nice i shall give it back to der ok na jetzt schnell 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 wir sind jetzt wahrscheinlich da drauf stehen komm ach mein so ich weiß aber nicht ja aber ich war drauf ach hast schon reingeworfen ne nur nicht jetzt ja dann mach mal jetzt ne oder wir müssen da einfach einmal durchlatschen weiß ich nicht das liegt aber mehr jetzt liegt hier ganz viel paper jetzt habe ich neun ach warte da steht eins zwei drei vier fünf gell ja warum werfen wir was rein fünf stück oder was nein werfen wir uns rein ok halt habe ich nicht hast sagen wir warte ich sieh ich ja auch wenn checking steht ok ganz ehrlich ich check's nicht blöd oder code not recognized i shall give it back oder oder muss ich dafür warte ich werfe mal fünf papier rein eins zwei drei vier fünf drückt den knopf und dann gehst du rein code not recognized was warte erst den den erst den knopf und dann warte ich probier oder eins reicht vielleicht auch schon also wie viel papier hier rumliegt riecht ohr ohr weiß was in der weiß auch weiß was auch sein kann das wird die hintereinander machen müssen also eins dann was das nächste ist dass ich glaubte ist und dann das und dann des und dann des oder ok warte ich werfe eins rein ja warte ja ok ich bereit ja checking ok ich hab's geschafft und was ist code not recognized hm m warte also es ist 1 2 3 4 5 ja vielleicht muss das schneller gehen 1 ups da und dann rechts und dann ganz rechts 4 dann links ok warte werfen wir uns rein ok warte welches war es erstes vorletzte gähl ne ist mittel ja und dann das hinten und dann das ganz vorne ok ok ich werfe jetzt rein warte das ja und dann ganz hinten ganz hinten oh shit oh man ach so ok jetzt ok ok ja jetzt ist drin da dann da dann ganz hinten und dann ganz vorne lasst uns rein was macht der knopf eigentlich ich weiß nicht schule und dahint ist zu weit für den nächsten mutter ich blickst nicht ich ich würde sagen wir machen karten und dann und mehr und dann m zeigen wir euch wie es richtig geht genau und bis gleich und dann